Am 19. November 2009 um 20 Uhr war auf der Kulturbühne in Schrunz eine absolut schräge Kunstperformance mit Action-Banding, Live-Musik und Tanz zu sehen. Titel dieser Veranstaltung des Kunstforums Montafon – Null Bock und Durchbruch der Aktivität. Eingebunden wurden Künstler, Jugendliche Eltern und Lehrer. Es werden immer wieder Stimmen laut, dass die Passivhaltung bei Jugendlichen mehr und mehr zunimmt. Um hier entgegenzuwirken, sollten vorerst Zugänge zu sich selbst, anderen um anderen geschaffen werden. Offene Diskussionen und Anregungen zur Entfaltung eigener Ideen ermöglichen ein aktives und gemeinschaftliches Resultat. Schon bei den Proben konnte festgestellt werden, dass sich nach einem einfühlsamen Zugang ein sehr umfangreiches Potenzial von Ideen zeigte. Die Performance wurde gemeinsam und schrittweise erarbeitet. Somit erlernten Jugendliche durch künstlerische Prozesse die Umsetzung eines einschneidenden Erlebnisses und wurden direkt mit eingebunden. Alle wollen in Ruhe! Die Kugeln vom Fleck. Zu was bin ich auch mit deiner Scheißwelt? Die Kugeln vom Menschen im Aber 401 Es ist ein Botzigla? Wir sind jetzt voll. Wir sind jetzt voll. Wir sind 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 voll.